Georg von Küchler war ein deutscher Heeresoffizier und während des Zweiten Weltkrieges Oberbefehlshaber von Armeen und Heeresgruppen sowie Ehrenritter des Johanniter-Ordens. Er wurde im April 1949 in Nürnberg im OKW-Prozess wegen Kriegsverbrechen zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt und 1953 vorzeitig entlassen. Leben Der Sohn eines großherzoglichen hessischen Oberstflügeladjutanten und Hofmarschalls trat nach dem Abitur am Ludwig-Georg-Gymnasium in Darmstadt im Jahr 1900 in das 1. Großherzoglich-hessische Feldartillerie-Regiment 25 ein. 1901 wurde er zum Leutnant befördert und nach einem mehrjährigen Dienst an der Militärreitschule in Hannover wurde Küchler 1910 zum Oberleutnant. Er nannt Anfang 1914 nach dem Besuch der Kriegsakademie wurde Küchler in den großen Generalstab nach Berlin versetzt. Im Ersten Weltkrieg wurde Küchler als Batteriechef eingesetzt unter anderem mit dem Eisernen Kreuzi-Klasse ausgezeichnet und zum Hauptmann befördert. Später wurde er in den Generalstab versetzt und zum Kriegsende hin als erster Generalstabsoffizier der 206. Infanterie-Division sowie der 9. Reserve-Infanterie-Division eingesetzt. Nachdem der Krieg im Westen zu Ende gegangen war, wurde Küchler Generalstabsoffizier der Brigade Kurland und nahm in dieser Funktion an den aufkommenden Kämpfen im Baltikum teil. In der neuen Reichswehr wurde Küchler zum I-Armee-Korps versetzt. Nach einer anschließenden kurzen Tätigkeit in der Heeresausbildungsabteilung des Reichswehrministeriums im Jahr 1920 folgten für Küchler Verschiedene Verwendungen im Bereich der Ausbildung bis in die 1930er Jahre hinein. In dieser Zeit wurde er 1923 zum Major, 1929 zum Oberstleutnant und schließlich 1931 zum Oberst befördert. Am 1. Oktober 1932 wurde Küchler zum Artillerieführer I in Ostpreußen ernannt. Nach der Beförderung zum Generalmajor am 1. April 1934 wurde er im Jahr darauf zum Inspekteur der Kriegsschulen ernannt. Am 1. Dezember 1935 wurde er zum Generalleutnant befördert. Im Rahmen der Aufrüstung der Wehrmacht bzw. der Kriegsvorbereitungen gab es bis zum Kriegsbeginn zahlreiche Beförderungen. Bevor er am 1. April 1937 als General der Artillerie zum Kommandierenden General des I. Armeekorps ernannt wurde, war Küchler ein halbes Jahr lang stellvertretender Präsident des Reichskriegsgerichts. Das I. Armeekorps hatte seinen Sitz in Königsberg. Im März 1939 betraten deutsche Soldaten unter Küchlers Befehl erstmals nach Ende des Ersten Weltkriegs das Memeland. Nachdem dieses im Rahmen eines deutsch-litauischen Staatsvertrags an das Deutsche Reich gefallen war. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde Küchler Oberbefehlshaber der Dritte Armee. Für die erfolgreiche Führung seiner Truppen erhielt er das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Nachdem Küchler für den am 22. September 1939 vor Warschau gefallenen ehemaligen Oberbefehlshaber des Heeres, Werner Freiherr von Fritsch, eine Trauerfeier angeordnet und bei dieser Gelegenheit kritische Worte zu den Umständen, unter denen Fritsch seinen damaligen Posten verloren hatte, geäußert hatte, wurde er umgehend seines Amtes enthoben. Auf Intervention Walter von Brauchitsch wurde er jedoch bald darauf mit dem Kommando über die 18. Armee betraut. Im Zuge des Westfeldzuges besetzten Küchlers Truppen die Niederlande am 19. Juli 1940 wurde er zum Generaloberst befördert. Küchler, der über die Verbrechen gegen die Menschlichkeit im besetzten Polen genaue Stenz unterrichtet war, schrieb am 20. August 1940 im Kriegstagebuch. Am 22. Juni 1941 sagte er in seinem Stab, der eben begonnene Feldzug sei nicht die bloße Fortsetzung eines Kampfes zwischen Germanentum und Slawentum, vielmehr stünde nun der Kampf zwischen zwei Weltanschauungen, dem Nationalismus und dem Bolschewismus bevor. Auch im Krieg gegen die Sowjetunion 1941 bis 1945 befähligte Küchler die 18. Armee, die im Verband der Heeresgruppe Nord eingesetzt war. Nach dem Rücktritt von Generalfeldmarschall Ritter von Leb als Oberbefehlshaber bekam Küchler am 17. Januar 1942 die K-Sekundenkommando über die Heeresgruppe Nord. Als solcher trug er neben von Leb die Verantwortung für die Belagerung von Leningrad. Den Kommissarbefehl begrüßte Küchler ausdrücklich. Am 26. Dezember 1941 stellte oder unterstützte Küchler einen Antrag des 28. Armeekorps, wegen solchen Gefahr etwa 230 Patientinnen einer Anstalt im ehemaligen Kloster Makarevskaya-Pustin durch Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD töten zu lassen. Im Nürnberger Generalsprozess bestritt er dies und vermutete einen Irrtum. Im ähnlichen Makarevskaya-Fall bei dem etwa 1200 Patienten einer großen psychiatrischen Anstalt im November 1941 zur Tötung an die Einsatzgruppen übergeben wurden. Er gaben spätere Forschungen seine Mitverantwortung. Am 30. Juni 1942 erfolgte Küchlers Ernennung zum Generalfeldmarschall. Am 21. August 1943 erhielt er das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Nach etwas mehr als zwei Jahren auf dem Posten des Oberbefehlshabers der Heeresgruppe Nord wurde er am 29. Januar 1944 von Hitler seines Kommandos enthoben. Um diese Zeit gelangen der Roten Armee Fortschritte an der Leningrader Front. Bis Kriegsende wurde Küchler nicht mehr eingesetzt. Küchler gehörte 1946 und 1947 der Operational History Section der Historical Division der US Army an. In seiner Weisung vom 7. März 1947 für die in seinem Bereich des Lagers Garmisch zu schreibenden Erfahrungsberichte und Abhandlungen sollte als Grundsatz gelten, dass die Darstellung historischer Wahrheit mit dem Lob auf das eigene Herd zu verbinden sei. Die Mitarbeit dort schützte ihn jedoch nicht wie erhofft vor Strafverfolgung. Als Angeklagter im Prozess gegen das Oberkommando der Wehrmacht wurde Küchler am 14. April 1949 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Haftzeit wurde auf zwölf Jahre herabgesetzt. 1953 wurde Küchler aus dem Kriegsverbrechergefängnis Landsberg entlassen. Georg von Küchler wurde auf dem alten Friedhof in Darmstadt bestattet. Auszeichnungen Eisernes Kreuz II Eisernes Kreuz I Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub 21. August 1943 Fußnoten Ernst Kleed das Personenlexikon zum Dritten Reich Wer war was vor und nach 1945 Fischer Taschenbuch Verlag Zweite Aufel 2007 ISBN 9783596160488S347 mit Bezug auf NBG DOK NUKW 1531 Zitiert nach Johannes Hürter, Hitlers Heerführer, die deutschen Oberbefehlshaber im Krieg gegen die Sowjetunion 1941 1942 S219. Rede vom 25. April 1941 Bundesarchiv Militärarchiv die ABK im Orig nach Fritz Römer. Verbrecherische Befehle, die Wehrmacht und die Kommissarrichtlinien. In Einsicht Bülten des Fritz-Bauer-Instituts Nr. 6 Herbst 2011 S. 32-39 ISSN 1868-4211. Dort auch die Archivnummer. Mit mehreren ABB Neues der LIT Johannes Hürter, die Wehrmacht vor Leningrad, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 2001 Heft 3 S. 435 FF. Siehe auch Liste der Träger des Eichenlaubs zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Bernd Wegner, erschriebene Siege. Franz Halder, die Historical Division und die Rekonstruktion des Zweiten Weltkrieges im Geiste des deutschen Generalstabes. In Ernst Willi Hansen, Gerhard Schreiber, Bernd Wegner, Politischer Wandel, Organisierte Gewalt und Nationale Sicherheit. Oldenburg, München 1995 ISBN 3-486-56063-8 S. 287-302, hier S. 294. Bernd Wegner, erschriebene Siege. Franz Halder, die Historical Division und die Rekonstruktion des Zweiten Weltkrieges im Geiste des deutschen Generalstabes S. 290. Auch zu den folgenden Orden Johannes Hürter, Hitlers Heerführer. Die deutschen Oberbefehlshaber im Krieg gegen die Sowjetunion 1941, 42. Oldenburg, München 2007, ISBN 978-3-486-57982-6 S. 641. Die deutsche Oberbefehlshaber im Krieg gegen die Sowjetunion, 42. Oldenburg, München 2007, ISBN 978-3-4-5-6-7-6-6-6-6-6-6-6-7-7-6-6-7-6-7-6-8-7-6-6-7-7-6-6-7-7-6-7-6-7-6-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- Vielen Dank.